Was ist für dich? Warum ist das für dich? Warum ist das für dich? Oder vielleicht erstmal kurz zu meiner Person, ich bin Sebastian Manke, ich bin Head of Technology bei Tarent, schon immer bei der Postcon und freue mich jetzt mal hier etwas über Docker machen zu können. Docker ist seit langem eines meiner Lieblingsthemen geworden, weil ich bin kein Ops, ich bin ein Entwickler im Herzen, aber habe irgendwo auch immer so ein bisschen Betriebsbrille dabei auf und irgendwo spiele ich seit einiger Zeit mit Docker rum und auch schon seit einiger Zeit in Kundenprojekten mit Docker unterwegs und es hat für mich doch einiges verändert. Das ist zwar so, dass es auch ohne geht, auch vorher schon ging, aber es macht irgendwo doch viele Sachen spannender und einfacher. Ich werde jetzt heute vor allem ein konkretes Beispielprojekt von uns zeigen, was sage ich mal so mit Zeiss ist, es ist eine kleine Webplattform für den Kundenauftrag gewesen, ist jetzt kein Riesending, das heißt es geht jetzt hier nicht um große Orchestrierung von ganz ganz vielen tausend Servern, sondern eher um so eine mittlere Plattform und die Sachen, wie man dabei sich Docker anwenden kann und wie es dabei hilft. Die Frage ist halt überhaupt warum Docker, warum Container? Wir sehen ganz klar einen Trend zu Microservices, das hat ein paar verschiedene Gründe, zum einen ist auch wieder Hipster, aber das ist ja erst geworden, nachdem Leute das schon gemacht haben. Die ganze Rendering-Sache geht ins UI, in den Browser, das heißt die Dienste hinten drin werden schlank, werden schmaler, wir kriegen viele kleine API-Dienste und die möchten wir nicht mit den Monolithen, wie wir es irgendwo vorher gemacht haben, in ein großes System reinbauen, sondern die möchten wir schmaler schneiden und das geht natürlich besonders gut, wenn wir die dann auch irgendwo separiert voneinander entwickeln, betreiben und deployen können. Warum dabei Container? Braucht man dabei Container? Nicht zwingend, aber es ist sehr, sehr schön, weil es macht das Deployment sehr, sehr einfach und bietet einem wirklich eine einheitliche Schnittstelle. Das heißt, die Sachen, die im Container gewrappt sind, die kriegt man über einen einheitlichen Weg gestartet. Es kann demjenigen, der es benutzt, sind ja völlig egal sein, was da drin lebt und man kann im Prinzip sämtliche Services einheitlich von außen verwenden, verwalten und administrieren. Das Schöne dabei ist, dass man dieses Passwort, sag ich mal, Immutable Infrastructure oder Immutable Configuration leben kann, dass man letztendlich nicht eine Produktivplattform oder Testsysteme hat, die dauerhaft leben, wo sich der Zustand dauer über die Zeit verändert und zwischen den ganzen Systemen irgendwo divergiert und vor allem von der Entwicklung und dem Sollzustand divergiert, sondern man kann halt sehr, sehr schön hingehen, definiert den Zustand in dem Container, in der Entwicklung, im Bildsystem, nimmt diesen, deployed den und wenn man den verändern möchte, dann macht man das nicht im Live-System, im Zielsystem, sondern macht einen neuen Container, schiebt den raus, nimmt den, der auf Produktion ist, schmeißt den einfach weg und deployed den neuen Container. Natürlich kann man das Ziel auch mit Puppet oder Chef oder anderen Systemen erreichen, aber gerade, sag ich mal, für die Vielzahlentwickler ist es viel, viel schwieriger, sich glaube ich mit den klassischen Konfigurationsmanagement-Werkzeugen da zunanzusetzen, das wirklich hinzukriegen. Außerdem ist so, dass Docker oder Container allgemein die Entwicklung stark unterstützen können. Das heißt, wenn ich so eine Mikroservice-Infrastruktur draußen habe, habe irgendwo meine Plattform und kleinere Dienste eingeteilt, dann ist das ja noch relativ leicht vielleicht, das in der Produktion zu haben und zu deployen und darauf zu maintainen. Aber das dann als Entwickler überhaupt noch auf der eigenen Maschine ans Laufen zu kriegen, um schnell mal gerade darin was nachzuvollziehen, was zu ändern, wird immer schwieriger, je mehr Dienste das sind. Das heißt, als Entwickler habe ich ja den Anspruch eigentlich, dass ich die aktuelle Version oder auch einen Branch oder sowas von der Plattform mal gerade auf meiner Kiste starten möchte. Und das am liebsten sehr, sehr schnell. Und darin möchte ich was verändern, möchte das wieder durchstarten können und neu deployen können bei mir lokal, um darin weiterhin entwickeln zu können. Das geht natürlich auch mit Tools wie Vagrant oder sowas, ist aber, habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, etwas schwerfälliger dabei, ein bisschen langsamer und nervt teilweise auch während der Entwicklung. Also ich habe durchaus so Good-Prozesse irgendwo, das Gefühl, dass es schwerfälliger ist, dass irgendwo die Sachen nicht so performant sind. Man tendiert dann halt dazu, alles in dieser einen Kiste zu integrieren, sodass man im Prinzip dann wieder eine monolithische Vagrant-Box meistens hat, wo dann alle Services drin sind. Dann kann ich mir die als Entwickler nehmen. Wenn ich die dann starte, dann kriege ich meine Clips aber schon wieder fast nicht auf sozusagen und ich kann nicht mal so eben fein selektiv zwei, drei Boxen nehmen und die kombinieren. Kann man natürlich damit auch teilweise machen, aber ich habe es selten gut gesehen. Ich finde es, dass es auf Containern irgendwo einfacher geht. Aber ist jetzt also kein No-Go, also es geht genauso. Ich habe jetzt vor kurzem irgendwie so ein Build-For-Insel-Level in die Parallel hochgefahren, um halt den Städten mit einzuhaben und direkt auf der Arbeit zu stellen. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Die Demikation, die ich da jetzt eigentlich hatte, war bei Virtual Box, dass man die halt im Parallel hochfahren konnte. Das ist ja natürlich gleich gewesen. Das lässt mich weiter auf jeden Fall natürlich machen. Aber ansonsten ist es halt nicht. Aber ich habe mal nie mit Docker gearbeitet. Aber ich habe da jetzt keinen Bitfall gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist aber kacke. Nö, geht auch. Ich finde Docker ist ein Stückchen schicker, ein bisschen eleganter. Wenn ich Docker nicht hätte, würde ich an der Stelle auch den Vagrant-Pick nehmen. Natürlich ist es so, dass wenn ich Docker einsetze, wenn ich Container einsetze, dann sollte ich das nur machen, wenn ich gewisse Voraussetzungen wirklich habe aus meiner Sicht. Das heißt, ich sollte nicht gucken, dass ich jede Produktiv-Umgebung auf Docker umstelle, nur weil Docker Spaß macht oder dass ich einfach in jedem Szenario das nehme, um das zu deployen. Ich bin also durchgegangen und habe mal versucht zusammenzufassen, was für mich so das Wichtigste ist. Und ich merke halt wirklich, aus meiner Sicht macht es dann Sinn, wenn man irgendwo in einem DevOps-Gedanken in der Lage ist, zu leben in der Organisation. Das heißt, in dem Moment, wenn Build- und Entwicklungs- und Operations-Team getrennt sind, dann ist es immer ziemlich schwierig. Vor allem, wenn man dann Widerstande im Ops-Team dafür bekommt. Wenn natürlich das Ops-Team das auch super findet, dann mag das auch bei einer Trennung irgendwo noch gehen, aber macht es immer nicht so leicht. Das heißt also, wirklich ist es dann gut, wenn die Leute, die die Sachen bauen, auch irgendwo die Sachen darauf betreuen. Insbesondere ist es wichtig, dass man halt die komplette Chain, um das rauszuschieben, 100% automatisiert hat. Weil wenn ich hingehe und meine Container auf die Produktion oder auch schon auf Testumgebungen schippen würde, und dann würde ich dort hingehen und in den Containern was umbauen oder irgendwie was machen oder Quick-Fixes machen oder auch Sachen dort dann von Hand deployen oder sowas. In dem Moment verliere ich halt ganz schnell den Pfad und dann habe ich mit Dockern ein Riesenthema. Dann habe ich irgendwelche Container live, die irgendeinen Zustand haben und habe im Prinzip dieselbe Problem mit divergierenden Umgebungen wieder mit Containern dann noch, also noch eine zusätzliche Komplexität rein. Das würde mein Leben natürlich deutlich schwieriger machen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, dass ich, selbst wenn ich kleine Änderungen machen möchte, dass ich die immer durch die Build-Publine kriege. Und das geht halt nur dann, wenn entweder die Leute, die es betreiben, auch bereit sind, die Sachen in den Entwicklungs-Source-Codes zu ändern oder Entwicklungskonfigurations-Kit zu ändern und die Build-Publine mit zu bedienen oder wenn die Leute, die es entwickeln, halt wirklich bis zur Produktion die Sachen durchschieben können. Genau, das heißt, Docker macht keinen Sinn und man sollte es echt sein lassen, wenn man nicht in der Lage ist, diese Grundvoraussetzungen dafür bereitzustellen. Dann sollte man sich auf Docker in der Entwicklung konzentrieren und dabei bleiben ruhig, aber sollte es aus meiner Sicht echt vermeiden, das in die Produktion reinzutun. Was ich auch nicht für ratsam halten würde, wäre, weil man jetzt schon eine sehr, sehr große Infrastruktur hat, mit der man eigentlich zufrieden ist, die auf virtuellen Maschinen läuft und dergleichen, dann ist auch der Benefit erstmal nicht so groß, um umzustellen. Also klar, wenn man irgendwelche Needs hat, das schneller zu machen oder sowas und irgendwelche Probleme hat, aber man muss es ja pragmatisch sehen, das ist kein Allheilmittel oder sowas, sondern auch einfach nur ein weiteres Tool, was man hat, um Sachen zu paketieren sozusagen, um Sachen abzuschirmen, in eine gute Umgebung zu geben und die geben und die Sachen abzubringen. Ich habe durchaus im letzten Jahr, also mittlerweile ist es ja durchaus etwas mehr Mainstream-Thema und es gibt weniger Leute, die sich der Sache erwehren, aber ich habe im letzten Jahr, seitdem ich das mache, einige Diskussionen auch führen müssen mit klassischem Betrieb an der Stelle und bin selbst völlig ideologiefrei. Ich fand es schön, was der MedDoc heute gesagt hat, letztendlich ist Open Source ist nur Pragmatismus, man muss einen pragmatischen Tool nehmen, um seine Sachen gelöst zu bekommen. Ich denke, so ist es hier halt auch. Das heißt, ich würde es halt auch nicht in eine Diskussion gehen oder gegen einen Widerstand irgendwo versuchen einzuführen, wenn es, ja sag ich mal, wenn es nicht mein eigenes, wenn ich es nicht selbst in der Hand habe, also jemandem das Tool in die Hand zu geben oder sowas, der es nicht haben will, der dann damit arbeiten muss, macht glaube ich auch keinen Spaß. So, jetzt mal etwas konkreter. Die Plattform, die wir gemacht haben, ist buzzerdeal.de. Das ist eine Casual-Gaming-Plattform, die wir für die Deutsche Post gemacht haben. Ist im Prinzip eine, sag ich mal, normale Web-Plattform. Es gibt jede Menge kleine Spielchen da drauf, so kleine Web-Spiele, die gespielt werden können. Der Nutzer kann dann Punkte sammeln, kann sich in eine Highscore eintragen und dann sind mit den Spielen Kampagnen von externen Kunden, zum Beispiel eine L-Tour oder sowas verbunden, sodass der Spieler dann, wenn er über eine Zeit dort in der anderen Highscore gewinnt, dann irgendwelche Sachen gewinnen kann. Also, sag mal ein Badetuch oder eine Traumreise oder dergleichen. Sodass es im Prinzip eine Marketing-Seite ist. Aufgebaut, oder, genau, erstmal, was für Herausforderungen hatten wir da dran? Es ging darum, das Ganze sehr, sehr schnell zu entwickeln, sehr, sehr schnell live zu nehmen. Also, sag ich mal, acht Wochen nach Entwicklungsstart wirklich was zu haben, was schon mal in der ersten Version rausgehen kann. Und dann kontinuierlich zu enhancing, kontinuierlich weiterzuentwickeln, in agilen Vorgehen irgendwo schnell kleine Features reinzupacken und zu releasen. Trotzdem auch die Leute, die vielleicht schon mal was für Deutsche Post oder einen anderen Großkonzern, da wird es wahrscheinlich ähnlich sein, aber Post ist halt da auch nochmal sehr, sehr speziell und sehr restriktiv. Die schon mal dafür gearbeitet haben, werden es vielleicht kennen. Es gibt halt einen sehr, sehr großen Bunch an Sicherheitsstandards, Vorgehensvoraussetzungen, sodass letztendlich die ganze Sache eine hohe Nachvollziehbarkeit haben muss, was geaudited wird und dergleichen. Man kann also nicht einfach mal gerade ein bisschen Code irgendwo hin und her schieben. Außerdem hatten wir oder haben wir noch immer da eine hohe Qualitätsansprüche mit automatisierten Tests, also UI-Tests, Komponenten-Tests, Unit-Tests in den Schichten drin. Und einhergehend damit natürlich auch eine Reifen-Staging-Umgebung, also eine lokale Entwicklung natürlich, dann, also lokal, genau einer habe ich aus Versehen hier rausgelöscht anscheinend, lokal, eine Dev-Integrationsumgebung, auf der Sachen angeschaut werden, eine Testumgebung, auf der dann nochmal fachlich von den Product-Ownern oder dergleichen die Sachen begutachtet werden, eine Referenz, die immer den Stand hat, wie die Produktion und letztendlich natürlich die Produktionsumgebung selbst. Außerdem Herausforderung dabei ist, dass wir, weil wir einiges Tooling dafür hatten, fachliches Tooling, und schnell entwickeln wollten, natürlich versucht haben, möglichst viel wiederzuverwenden. Also keine komplette Neuentwicklung, auch wenn die Fachlichkeit neu war, sondern eine Wiederverwendung von bestehenden Komponenten. Das heißt also, wir haben eine Benutzerverwaltung, die recht umfangreich ist, mit Administrationsoberflächen und dergleichen, haben wir verwendet. Es gibt, wir haben ein Scoring-Modul gehabt, in dem letztendlich diese Achievement-Sammlungen, Punktesammlungen und dergleichen schon waren. Tracking-Tool haben wir natürlich eingebaut, und einen Haufen neue Komponenten zu schreiben gehabt. Was wir dabei hatten, ist, dass wir unterschiedlichste Technologien natürlich im Einsatz hatten. Wenn wir das jetzt, sag ich mal, auf einem System integriert haben, hätten dann, wäre das schon etwas bastelig geworden, dann wäre da ziemlich viel draufgekommen. Wäre vielleicht machbar gewesen, wäre aber durchaus hässlich ausgesehen. Insgesamt ist die Seite jetzt aber keine Wahnsinnsherausforderung, was irgendwo Hochskalierbarkeit oder Last oder dergleichen angeht. Sodass wir im Prinzip, gerade aus Entwicklungssicht, gerne ein schönes Tooling aufbauen wollten, aber außer die, sag ich mal, mit Hochskalierungssicht nicht so die Notwendigkeit hatten, extrem viel heißen Scheiß draufzupacken. Sodass wir gesagt haben, okay, ja, wir möchten Docker, aber wir möchten einen recht konservativen Ansatz, um die Sachen live zu bringen. Gestartet das Ganze auch Ende letzten Jahres, wo auch, sag ich mal, die Orchestrierungsplattformen auch noch nicht so weit waren. Sodass wir ganz klar gesagt haben, möglichst konservativer Ansatz, um dann weiterzugehen. Hier mal so einen kleinen Blick auf die Komponenten, die es da drauf gibt. Das heißt, oben in Richtung Frontend ein Nginx, der das Routing macht, der selbst, also das ist eine sehr, sehr JavaScript-lastige Seite natürlich, also wer da drauf kommt, muss eh schon mal JavaScript-affin sein, weil die ganzen Mobile Games natürlich alle da drin sind. Der Nginx hat direkt im Container drin sämtliche Assets, sämtliche HTML-Geschichten, sodass die Sachen sind und macht das Routing auf die verschiedenen Services. die sich dann im Prinzip auf API-Dienste beschränken können. Und hier sind wir hingegangen, dass wir wirklich jedem fachlichen Dienst einen eigenen Service geschenkt haben. Wir sehen also zum Beispiel was für Adress-Validierungsthemen, weil letztendlich Adressen wichtiger, wichtiger Kernwert der Plattform sind. Verschiedenste API-Funktionalität, haben wir hier so ein Portal-API-Service drin, der speichert die Sachen in Elasticsearch. Ein großer Teil Gaming-API, wo wir letztendlich so eine Kampagnenverwaltung haben, wo wir Fraud-Detection drin haben. Das heißt letztendlich, dass die Spiellogs analysiert werden, ob ein Nutzer auch wirklich nicht betrogen hat und wirklich den Gutschein gewinnen soll und dergleichen. Playfinity als Modul für Achievements und Scoring da drin. Die Sachen bauen auf einer Couch-DB auf, weil wir das vorher schon taten. Dann ein Service für Login-Tätigkeiten, für Stammdatenverwaltung, User-Verwaltung mit einer eigenen Datenbank. PIVING fürs Tracking, auch mit einer eigenen Datenbank und natürlich noch einen Container, der das Logging übernimmt. Und für die administrativen Geschichten, die einen großen Teil der Plattform ausmachen, einen eigenen Nginx, der auf einer separaten IP-Adresse lauscht, um letztendlich da drin die ganze Backend-Funktionalität drin zu haben, der dann aber auch auf dieselben Services zugreift. Das heißt, jeder Service macht zwei Ports auf. Einen für Sachen, die nach vorne, nach draußen gehen dürfen. Einen, die nach hinten an den Nginx weitergeleitet werden. Ja, bitte. Ja, genau. Also, oder ein eigener Container. Die Images, hier an MySQL beispielsweise ist natürlich nur ein Image, haben wir zwei Container rausgemacht, aber jedes Modul ist ein eigener Docker-Container. Das heißt, 14 Docker-Container sind es insgesamt. Ja, da komme ich gleich zu. Aber, ähm, also, das ist, sag ich mal, der Hauptteil, wie kann man das Ganze dann schön ausrollen? Wie kann man das Ganze trotzdem schön und einfach deployen? Was wir hierbei nicht brauchten, ich habe gerade eben schon gesagt, ist jetzt nicht die Wahnsinnslastanforderung an die Seite, was wir nicht brauchten, ist eine breite, dynamische Skalierung oder sowas. Das heißt, es geht nicht darum, hierbei viele Knoten zu bestücken. Und wir haben zwei große Maschinen, auf denen das Ganze läuft. Und, ähm, es gibt, also, wir haben nicht die Anforderung, dass plötzlich so viele User kommen, dass wir am nächsten Tag irgendwie hoch skalieren müssen oder sowas, weil die Sachen halt auch, die, sag ich mal, viel Last verursachen, oder viel Rechenzeit verursachen, größtenteils halt wirklich im Browser gerendert werden. Das sind die Spiele. Das heißt, die Leute kommen, laden Assets runter, spielen dann eine Zeit lang, laden mal Kampagnen-Daten runter, Spielergebnisse werden hochgeschickt und sowas. Die Prüfung auf die Fraud-Detection, die zieht ein bisschen Rechenleistung. Und der Log-Server, der zieht ein bisschen Rechenleistung, der braucht auch ein bisschen was da drin. Aber wir haben jetzt nicht dieses Hochskalier-Problem und haben deswegen bewusst auf Cloud-Management-Tools dabei verzichtet, weil wir nicht noch mehr Komplexität, gerade für den Rollout und dergleichen, reinbringen wollten. Zu der Zeit gab es damals noch das Docker-Fict, was jetzt Docker-Compose heißt und neu geschrieben wurde. Vielleicht kennen es einige. Das ist ein kleines Tool, mit dem ich so ein Set von Containern hoch und runter fahren kann. Das ist eigentlich ganz nett, war damals aber für Entwicklung sehr Beta. Heute ist es auch noch nicht für Entwicklung empfohlen, auch wenn Leute das teilweise zum Rollout verwenden. Man könnte es vielleicht beschränkt heutzutage machen, weil damals keine Option für uns. Und wir wollten, weil die Komplexität der Dienste das eigentlich auch gar nicht hergibt, auch jetzt nicht unbedingt ein weiteres Config-Management einführen, weil wir ja schon die Container hatten. Deswegen Puppet oder Chef, dergleichen haben wir nicht drin. Die Lösung dann oder wie, also die Frage ist halt, wie bringt man dann die Container, wenn man sie dort hat, wie bringt man die hoch? Wie sorgt man dafür, dass sie gestartet sind und oben bleiben? Und wir haben keinen extra zusätzlichen Supervisor eingesetzt, sondern verlassen uns einfach auf den Docker-Demon. Der Docker-Demon, der hat so ein Feature, dass wenn ich einen Container starte, kann ich beim Docker-Run dem mitgeben, dass der im Container immer oben gehalten werden soll, also restart gleich always. Und dann sorgt der Docker-Demon dafür, dass wenn der Dienst mal wegbricht oder auch wenn der Server neu gestartet wird, dass genau die Container einfach wieder hochgefahren werden. Das heißt, ich habe im Prinzip da drin schon direkt meinen Supervised-Prozess im Docker-Demon drin, sodass ich nur noch die Container hochbringen muss oder managen muss, updaten muss und dergleichen, ohne aber nochmal irgendwelche Watch Dogs aufzusetzen, die dafür sorgen, dass er weiter existiert. Und wir haben uns ein kleines Helferlein geschrieben, wo ich gleich dazu komme, weil wir den Namen Fickt nicht wollten, haben wir Gig daraus gemacht, ist aber letztendlich von der Funktionalität her sehr, sehr ähnlich und von den Ideen her nur etwas stärker auf den Rollout wirklich unter Produktiv-Umgebung ausgerichtet. Das haben wir auch in der MIT-Lizenz gestellt, ist auf meinem GitHub-Account, ist ein kleines Tool, bringt auch keine zusätzliche Komplexität rein, ist insgesamt circa bei 800 Zeilen Code nur, inklusive Java und Shell Code, der da drin ist. Das nimmt als Grundlage so eine YAML-Datei wie das Docker-Compose, die auch hat, zeige ich gleich mal, und kann dann im Prinzip anhand dieser YAML-Datei sehen, wie die Container konfiguriert werden müssen und wie sie hoch- und runtergefahren, mit welchen Parametern sie hoch- und runtergefahren werden müssen. Weil wir jetzt aber für den Start in der Produktion kein Java-Tooling oder dergleichen haben wollten oder auch sonst nichts anderes, ist das so aufgebaut, dass es in Wirklichkeit eigentlich das Ganze über ein Shell-Skript macht und auch in der Lage ist, ein Shell-Skript zu exportieren, sodass wir letztendlich einfach ein mächtiges Shell-Skript über dieses Tool erzeugen, was wir dann mit einchecken und was mit auf die Produktion kommt, über welches wir die Sachen hoch- und runterfahren können. Das hat den kleinen Vorteil, dass wir im Gegensatz zum Docker-Compose das Ganze wunderbar komplett über Shell-Variablen parametrisieren können, auch in den Konfigurationen vorher, die dann da an der Stelle mitgenommen werden. Genau, spricht auch nichts dagegen, hätte man auch nehmen können, aber es bringt aus meiner Sicht auch keinen wirklichen Vorteil hierbei, weil ich muss trotzdem ja auch dann, wenn ich da Skripte für schreibe oder Parameter mache, trotzdem mir überlegen, was gebe ich dem beim Docker-Run mit, was für Parameter soll er haben, sodass ich letztendlich eigentlich nur noch mal eine Schicht trotzdem mehr drauf habe. Genau, hätte man natürlich nehmen können, machen auch einige. Ich habe auch vorher mal teilweise mit Puppet und der Kombination rumgespielt und ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich fand aber gerade diese Kombination oder also das puristische, wenn ich Docker mache, habe ich den Docker, die ja auch sowieso da sozusagen. Das ist von daher aus der Brille meine erste Referenz. Den habe ich in jedem Fall. Und der hat dieses Feature, dass ich einen Container damit hochfahre und der oben bleiben kann, sodass ich das im Prinzip sehr, sehr einfach nutzen kann. Also wozu brauche ich dann noch den SystemD an der Stelle? Eine Frage. Ja? Ja. 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 Genau. Den SuperwiseD, den haben wir auch an einer Stelle drin, oder den benutze ich manchmal, wenn ich mehrere Prozesse halt auch in einem Container starte. Ich versuche aber eigentlich, weil ich dafür fast keinen Grund mehr sehe, mehrere Prozesse in einen Container zu packen, darauf auch zu verzichten. Also wenn ich einen Login-Container habe ich gesagt, okay, lieber einen Container, zwei, drei Prozesse rein an der Stelle und einen Supervisor davor. Aber bei dem sage ich mal, wenn ich nur den einen einzigen Prozess drin habe, dann möchte ich lieber, dass der ruhig die Signale direkt durchkriegt und der direkt als Prozess eins läuft. Finde ich auch völlig fein. Also diese, wie gesagt, bei einem Container habe ich ja auch gedacht, mache ich dann auch so, also das ist einfach eine Abwägung, wenn man, also würde ich auch nicht puristisch oder sowas sehen. Also ich tendiere dazu schon, im Prozess erstmal gedanklich einzugeben, aber wenn ich sage, okay, hier habe ich zwei, drei und das lohnt sich echt nicht, dann habe ich noch mehr Container rumfliegen, dann habe ich auch kein Problem, die in einen Container reinzupacken. So, was bietet mir das Gig ganz kurz? Also im Prinzip, wer das Docker Compose kennt, wird einiges wiedererkennen, das ist relativ ähnlich. Die Befehle sind auch nicht so anders, als sie, sag ich mal, das Docker-Commandline-Interface sowieso bietet. Ich habe einen Statusbefehl, der mir sagen kann, ob alle Services laufen. Ich kann das Ganze starten und stoppen, dann werden halt alle Services gestartet oder gestoppt in der richtigen Reihenfolge. Oder ich kann auch einzelne starten und stoppen dabei, kann natürlich restarten. Ich kann sie restarten und dabei den Container entfernen, damit der beim neuen Starten auch in der neuen Konfiguration wirklich gestartet wird. Ich habe ein etwas intelligentes Update, was letztendlich schaut, ob ein neueres Image vorhanden ist und den Container nur dann neu startet, wenn ein neues Image vorhanden ist. Das geht auch mittlerweile ganz schön. Früher war das Docker durch die Links, musste man letztendlich auch die Dependencies dann, oder also alle Container, die eine Dependency auf einen haben, neu starten. Mittlerweile aktualisiert er die Links zwischen Containern automatisch, sodass das ganz ganz easy geht. Das Rollout verwenden wir natürlich hauptsächlich, um auszurollen. Das macht letztendlich nichts anderes, als einmal über die Registry sämtliche Container neu zu ziehen und dann das Update aufzurufen. Das heißt, wenn ich einmal Rollout aufrufe, dann sind alle Container, die aktualisiert werden mussten, danach einfach neu vorhanden. Remove kann natürlich ein Container löschen. PS gibt mir das Docker-PS für genau die Container aus. Versions komme ich gleich drauf. Taggen, damit kann ich einen Docker-Tag für sämtliche Container, die ich habe, auf einmal machen, sodass ich letztendlich eine ganze Plattform sozusagen mit einmal taggen kann. Und dann Pull & Push, so wie man sich das vorstellt, halt für die ganzen Container. Und das Save-Logs, wo man früher noch viel basteln musste. Heute kann das Docker ja auch mit den verschiedenen Logging-Backends etwas eleganter, das konnte die Logs wegspeichern, letztendlich einmal sichern. Wie sieht dann eine Config aus, mit der wir arbeiten? Das ist auch ein bisschen ähnlich wie das Docker-Compose. Also wir haben ja einfach probiert, da auch nichts Neues zu finden, sondern ruhig dasselbe Schema zu verwenden. Das ist eine YAML-Datei, in der ich einen Containernamen zeichnen kann. Dann pro Container angeben kann, wie das Image heißt, mit dem der gestartet werden soll oder von dem der aus der gestartet werden soll. Und hier sehen wir schon, dass ich letztendlich hier volle Shell-Magic, oder nicht volle Shell-Magic, aber sämtliche Variablen-Magic verwenden kann, um die Sachen zu parametrisieren. Das heißt beispielsweise die Docker-Registry des Images oder auch das Tag habe ich hierbei schön konfigurierbar an der Stelle. Bei den Ports haben wir beispielsweise ein Mapping auf eine Public-IP oder auf eine private Admin-IP für die Geschichten, sodass ich letztendlich das auch hier mal hinkriege. Natürlich habe ich für verschiedenste Geschichten Konfigurationsdateien noch übrig. Der Ansatz ist aber der, dass wir versucht haben, möglichst stark auf Konfigurationsdateien, die pro Plattform hinzukommen, zu verzichten. Klar, bei SSL-Zertifikaten geht es nicht anders, die will ich nicht in der Entwicklung rumfliegen haben von der Produktion. Dann kann ich beispielsweise, habe ich hier einen Link, genau Links zwischen Containern angeben, wie man das auch vom Docker-Compose kennt. Wie machen wir jetzt unterschiedliche Environments dabei? Es ist natürlich relativ leicht zu sagen, ich habe verschiedene Konfigurationen für verschiedene Environments. Häufig habe ich dabei aber gesehen, dass die dann zu umfangreich wurden. Wir haben versucht uns möglichst stark darauf zu reduzieren, möglichst viel schon in das Image reinzupacken. Das heißt also, eigentlich hat das Image sämtliche Konfigurationen als Config-File mit dabei. Damit ich nicht Gott und die Welt Sachen, die auf allen Plattformen gleich sind, konfigurieren muss. Weil sonst kriege ich so einen Wust von Konfigurationsdaten zwischen den verschiedenen Stages, dass es immer schwieriger wird. Die Sachen, die wir denken, dass wir die anpassen müssen oder die wirklich angepasst werden mussten, haben wir dann in den Konfigurations-Files über Shell-Variablen überschreibbar gemacht, sodass wir letztendlich über ein kleines Set von Shell-Variablen sämtliche Configs überschreiben können mit so zwei, drei Ausnahmen, wo wir dann doch die Config-Files reinlegen müssen. Hier so eine Java-Spring-Properties-File beispielsweise, wo wir sehen, okay, wir haben die Verbindung zur MySQL-Container, haben wir hart reinkodiert. Das ist der Name vom Docker-Link, unter dem dann der Host verfügbar ist, haben wir auch hart reinkodiert an der Stelle. Also da keine zusätzliche Konfiguration nach draußen gezogen, sondern das sind einfach Config-Files, die liegen im Image drin. Das Image weiß ganz genau, wie es den anderen Container anspricht, aber natürlich sowas wie ein Passwort oder sowas ist halt rausgezogen, dass es von außen konfigurierbar ist über die Plattform. Ich kann das auch mal gerade zeigen. Wir haben dann beispielsweise so ein Environment-Projekt, wo die unterschiedlichen Umgebungen dann drin sind. Einmal für Entwicklung beispielsweise, das sind die Dev-Umgebung, Test-Umgebung, Referenz-Umgebung. Die haben dann jeweils Unterverzeichnisse, sodass wir dann da reinsteppen können, um da dann die Konfigurationen zu haben. Die Produktionskonfiguration liegt nur auf der Produktion selbst und ist dort gespiegelt, sodass sie in der Entwicklung nicht vorhanden ist. In dem Entwicklungsverzeichnis habe ich dann beispielsweise so eine Gig-Profile, die einfach von dem generierten Shell-Skript am Anfang gesourced wird. Hier drin werden alle relevanten Konfigurationsparameter gesetzt, die sich in den verschiedenen Umgebungen unterscheiden können. Das sehen wir, das sind nicht viele, weil das, wie gesagt, also ich habe ein paar Mal rundherunterscrollt, also zwei Bildschirmseiten nur von Sachen, die sich dort unterscheiden. Ganz interessant, hier unten der Block, wo wir festlegen, was für Versionen ausgerollt werden. Normalerweise rollen wir immer Latest aus, wenn nichts ist. Wir können aber letztendlich auch einfach einen Tag setzen, dann wird entweder das Default-Tag anders für eine Version gesetzt, oder können halt Feingranula-Pro-Container genau sagen, was für eine Container-Version das ist. Genau, also der Docker-Deam, der gibt jedem automatisch eine eigene IP in der Docker-Bridge. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Inter-Container-Communication ausgeschaltet haben. Für, ich weiß nicht, ob ein, zwei sind die gestern beim Docker-Workshop auch, von mir dabei waren. Da hat man am Ende ja noch drüber diskutiert, wie das ist, ob sich Docker-Container sehen können oder nicht sehen können. Es gibt so einen Flag am Docker-Deam, was man umsetzen kann. Per Default können Docker-Container untereinander kommunizieren. Das kann man aber auch abdrehen mit so einem Switch ICC gleich False. Und dann werden die im privaten Netzwerk irgendwo hochgezogen. Ich bin kein Netzwerker, aber im privaten Netzwerk hochgezogen und es wird abgeschirmt, dass sie miteinander sprechen. Lediglich, wenn du einen Link definierst oder halt einen Port auf deinen Host-Publist, dann kommst du halt an die Ports dran. So, dass man letztendlich auch nochmal hier auf der Ebene einen gewissen Security-Zusatz hat, dass man letztendlich, wenn hier einen Dienst an einen eigenen MySQL-Server beispielsweise hat, könnte ich jetzt auch unter Umständen sogar fast hingehen und sagen, okay, ich setze ein Default-Passwort oder sowas, weil nur der Dienst auf den Port aufzukommt. Natürlich, wenn man irgendwo lieber mehrere Netze haben oder sowas. Aber es ist durchaus nochmal eine schöne Geschichte, sodass man dann gerade irgendwie so eine NoSQL-Datenbank oder sowas wirklich abschotten kann, dass nur die ein, zwei Dienste, die da drauf kommen sollen oder nur mit dem Link dann da drauf kommen kann. Was? Auch nur ein Problem? Achso, ne, 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 die laufen im Moment auf einem Host. Achso. Ja, ja, genau. Warte, wenn ich das dann, wenn ich das dann natürlich die R-Default-Standieren müsste, dann sage, sorry, aber die Rechentrauer von meinen drei Apps-Sernern und die Applikation auch dort reichen nicht auf und dann noch weitere Nachschneiden. Ja, dann kommst du in komplexere Clustering-Probleme natürlich, dann musst du schon mal genau überlegen natürlich, vor allem wie du bei der Persistenz damit umgehst. Genau, was wir auch gemacht haben, vielleicht ganz kurz, wir haben einen Prinzip, hier kann man sagen, ich gehe mal in die... Wir haben auch manche Services einfach auf eine wirkliche IP gepublished. Das heißt, die Dienste untereinander kommunizieren teilweise über Links, dann wenn zum Beispiel eine neue SQL-Datenbank von keinem anderen angesprochen werden soll. Wenn ich einen Dienst habe und sage, okay, den sollen aber auch mehrere, das ist im Prinzip ein Service in meiner Infrastruktur, den sollen mehrere ansprechen, dann haben wir den auch gepublished auf einer gewissen internen IP, sodass alle den erreichen können. Den kann ich natürlich dann auch von einem anderen Host ansprechen. Da könnte ich natürlich dann mit demselben Mechanismus... Genau, den verlierst du dann erstmal, ja. Ich weiß nicht, ich habe mir das Docker Swarm noch nicht tief angeschaut, wie das mit den Links umgeht. Vielleicht weiß es jemand, der mit Docker Swarm schon mal was gemacht hat, ob es das einem auch wegnimmt. Also es gibt ein paar Cloud-Plattformen, ich habe mit, es gibt so ein Start-up in Köln, Giant Swarm heißen die. Die haben eine Cloud-Plattform, wo du letztendlich dieselbe Beschreibung machen kannst und der macht das dann automatisch. Das heißt, der setzt, ich glaube, mit einem Ambassador-Pattern einen Coxy-Container dazwischen, der dir dann die Weiterleitung macht oder sowas. Also je nachdem, was für Orchestration-Tools, es gibt da ja mittlerweile, sage ich mal, zwei Hände voll, Kubernetes und sonst was. Je nachdem, was für ein Orchestration-Tool du nimmst, kann das auch solche Geschichten teilweise machen. Vor allem, sage ich mal, für Convenience-Ebene, Security-Ebene ist natürlich immer nochmal was Zweites. Also bei einem größeren Szenario, was über mehrere Knoten verteilt ist, sollte man auf jeden Fall schauen, und dass man irgendwie einen Config-Service hat, der dann die Container, die sich registrieren, über ein DNS zum Beispiel wieder bekannt macht, sodass du letztendlich darüber dann gehen kannst, um mit dem Nächsten zu sprechen. Also das mit den Links ist sehr angenehm, wenn du auf dem selben Host bist, für eine größere Geschichte eher nicht so das Mittel. Wenn man noch Hacker nachwerfen und es hilft, man sieht so halt auch mal neue Hacker dazu. Ja, ja, klar. Genau. Also, was wir durchaus gemacht haben, ist, dass die Dienste an sich eine eigene Security-Schicht drin haben. Das heißt, jetzt auf so einem API-Service, da ist ja dann auch noch eine Nginx davor, der ist an sich, hat der eine Security-Schicht drin und verhält sich sicher. Den könntest du ruhig unter mehreren Servern verteilen. Schwierigkeiten bekommst du halt, wenn du das verteilst auf mehrere, an erster Linie immer da, wo du die Persistenz hast. Das heißt also, das erste Problem ist im Prinzip dann, wie kriege ich jetzt meine Datenbank verteilt auf mehrere Hosts oder sowas. Das ist jetzt bei einer Elasticsearch natürlich auch noch ein bisschen einfacher als bei einer relationalen Datenbank. Aber auch da geht es natürlich. Das Schöne ist an dem Beispiel jetzt, dass ich halt lokal genauso entwickeln kann, wie auf meiner Produktion. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und kann lokal halt genauso mit dem Tool das Ganze starten. Das Ganze ist, sag ich mal, von Port-Mappings und mit den Links so ausgestattet, dass ich es einfach da genauso hochziehen kann. Und dann kann ich einfach hingehen und kann einzelne Dienste lokal wieder runterfahren und über die IDE Sachen auf denselben Ports starten, sodass ich letztendlich sehr, sehr komfortabel da drin bin, einzelne Dienste auszutauschen und lokal zu entwickeln, ohne viel Roundtrip zu haben. Oder ich kann halt hingehen und die Konfiguration leicht anpassen. Dass halt, wenn ich das lokal starte, Verzeichnisse, wo ich irgendwelche HTMLs drin habe oder sowas, in den Container reingemountet werden, sodass, wenn ich lokal in meinem Editor speichere, das direkt schon im Container sichtbar ist, sodass ich einfach gar keinen Roundtrip mehr habe. Hier mal aufgeführt, was für Images der Sache zur Grundlage liegen. Die Docker-Registry bietet natürlich einen ganzen Bunch von Images. Images ist die Frage, was man davon nehmen möchte und was nicht. Ich mache das je nach Szenario unterschiedlich. Die Sachen, die ich privat mache, da nehme ich mir natürlich einfach ein Nginx oder Ubuntu-Image aus der Registry. Für Sachen mit einem hohen Sicherheitsanspruch oder einem Kunden dahinter, der einen sehr, sehr hohen Sicherheitsanspruch hat, was wir hier in dem Fall haben, ist es so, dass wir davon Abstand genommen haben, Docker-Images einfach von der Registry zu nehmen und einzusetzen und die letztendlich einfach wegen der Vertrauenswürdigkeit alle selber gebaut haben. Das wird sich aus meiner Sicht über die Zeit finden, also über zu Debian und Ubuntu habe ich ein hohes Vertrauen, weil ich das einfach schon so lange nutze und glaube, dass letztendlich die Prozesse dahinter so gut sind, dass es nicht so einfach möglich ist, dort irgendwas einzuschleusen. Bei der Docker-Registry, die sehr, sehr neu ist und wo mir nicht ganz so transparent ist, welche Sicherheitsmaßnahmen dazwischen hängen, dass halt wirklich jemand doch, dass jemand ein Image reinbringen kann oder sowas, bin ich ein Stückchen konservativer. Das hat sich mittlerweile über signierte Images, die jetzt mit Docker 1.8, glaube ich, gekommen sind, und auch nochmal relativiert, das heißt, die haben halt genau aus den Gründen daran gearbeitet, da eine Vertrauenswürdigkeit reinzubringen. Das Schöne ist aber, dass man sich in der Docker-Registry halt super bedienen kann. Das heißt, wenn ich ein Image sehe und denke, boah, das ist cool, dann nehme ich das erstmal, baue das ein und arbeite damit direkt und dann merke ich, okay, ja, das will ich beibehalten. Oh, jetzt muss ich es mir selber bauen, weil meine Policy mir das in dem Moment sagt. Hm, wie mache ich das? Das ist ja total einfach. Ich gehe hin, hole mir das Docker-File, mache einmal Copy-Paste sozusagen, nehme mir das Docker-File und in dem Moment kann ich es genauso gut selber bauen. Und das heißt, ich kann die Sache natürlich sehr, sehr schnell dort adaptieren. Ja, genau, also Pekka kenne ich nicht wirklich, aber du... Ja, das ist auch vom Hashtag, du definierst halt auch so einen Jammel-File und sagst halt, hey, hier ist das nicht im Store-Digio, oder du lächst hier runter und dann baut in den Box, dann nimmst du, weiß ich nicht, in den Box mit dazu und vielleicht noch danach nochmal eine Karte. Genau, Docker hat ein sehr, sehr intelligentes System. Du hast Docker-Files, nennt sich das. Das sind im Prinzip halt auch einfach zahlenweise Schratze runter, die Befehle kommen. Und du kannst dabei Images aufeinander aufbauen lassen. Das zeigt auch die Grafik hier. Das heißt, wir haben ein Ubuntu-Base-Image gebaut. Da laden wir einmal das Ubuntu-Cloud-Target-Set runter und pumpen das rein. Das ist im Prinzip dann entsprechend. Und dann können wir die ganzen Images darauf aufbauen lassen. Das heißt, im Docker-File kannst du letztendlich einfach schreiben, mein neues Image basiert auf, schreibt einfach from Ubuntu-Base-Image. Und dann wird als Basis das Ubuntu-Base-Image genommen. Und dann kannst du Software dazu installieren, Dateien reinkopieren oder sowas. Und das wird dann mit einem Layered-Filesystem oben drauf gelegt, sodass du im Prinzip kein komplettes neues Image hast, sondern nur die Modifikation, nur das Delta wirklich dein neues Image beschreibt. Das ist auch ein Grund dafür, dass man die Images ruhig selbst bauen sollte, weil man dann in der Lage ist, dass man alle Images, die man einsetzt, vom selben Base-Image erben lässt. Und wenn ich mir in so einer, sag ich mal, Vererbungshierarchie sozusagen auch die Größen anschaue, dann ist das Größte in den Images, ist vor allem das Base-Image selbst. Das, was die einzelnen Container an Modifikationen machen, hier liegt vielleicht ein bisschen Node.js-Code drin, hier liegt nochmal irgendwo ein Jar-File drin oder sowas, das, was die einzelnen Container an Modifikationen machen, ist nicht viel. Sodass ich dann, wenn ich, sag ich mal, alles geändert habe und neuen Rollout mache, muss der sich de facto, der Docker-Deme, das Base-Image ziehen. Danach zieht er sich irgendeines dieser Images und erkennt in den Metadaten, dass er es auf dieselben File-System-Layer aufbaut und zieht sich dann nur noch das Delta dazu, was er für diese Images braucht. Sodass ich dann letztendlich, wenn ich später beim Update nur in einem Image was ändern würde, er auch nur wirklich dieses kleinste Delta wieder neu ziehen muss. Das macht halt gerade das, sag ich mal, das Chippen zwischen den verschiedenen Instanzen sehr, sehr angenehm, weil die Sachen halt sehr, sehr schnell da sind. Ja, genau. Genau, das ist beispielsweise auch der Nginx-Container, ist, glaube ich, auch in einer relativ alten Debian-Klamotte, ist der auch standardmäßig und hier kannst du das Ubuntu Cloud-Image beispielsweise praktisch, weil das, ich glaube, das wird so alle zwei, drei Wochen oder sowas, wird das mal aktualisiert mit Kleinigkeiten und wenn man dann darauf aufbaut, ist es sehr, sehr, sehr leicht. Ja, aus Konsistenzgründen wirkt sich eine Aktualisierung vom Base-Image nicht auf bestehende Images aus, weil das bestehende Image hat halt eine Referenz auf die File-System-Layer von dem damaligen Image. Das heißt, wenn ich jetzt das Base-Image aktualisiere, hat der trotzdem noch die Referenz auf die alten File-System-Layer. Das heißt, was ich machen muss, ist einmal das Base-Image neu bauen und dann in meinem Bild-Server am besten Trigger haben, dass der dann sukzessive alle Container, die darauf aufbauen, entsprechend der Kaskade neu baut. Also wir haben jetzt Jenkins da und haben einfach einen Bild-Shop für das Base-Image. Da klicken wir einmal drauf, dann zieht er sich das neueste Base-Image von Ubuntu, baut das durch und dann baut er halt einfach nach der Abhängigkeitsreihenfolge den Nginx beispielsweise, der triggert dann wieder, dass das PIVIC neu gebaut wird. Das ist manchmal halt ein bisschen nervig, so dass wenn du sagst, okay, jetzt mache ich die Base-Image-Aktualisierung, dann müssen halt alle einmal durchgebaut werden, das dauert ein bisschen. Also kann das, je nachdem, was sie dann ziehen, natürlich, die machen alle erstmal ein App-Get-Update und dergleichen, das kann schon mal ein bisschen dauern. Ich glaube, wenn wir auf das Base-Image draufklicken, dann dauert das schon so 40 Minuten oder sowas, bis alle Jobs durchgelaufen sind. Aber das macht man ja auch nicht. Macht man ja nicht alle 5 Minuten, das macht man, keine Ahnung, vielleicht alle 2, 3 Wochen oder sowas, einmal, dass wir dann alle neu haben. Klar, dann machst du es sofort, ja. Da haben wir auch schon mal, in dem Fall beispielsweise, sind wir auch schon mal hingegangen und haben, was ich vorhin sagte, das sollte man natürlich nicht tun, sind wir direkt auf die Produktion gegangen, in den Container rein, eine kleine Änderung gemacht, dass an der Stelle das nicht mehr geht und dann danach ins Bildsystem, die Sachen neu gebaut und rausgeschickt. Weil wir halt durchaus eine gewisse Latenz haben, allein schon, weil wir die Sachen ja testen wollen. Also, das Bauen geht noch schnell, aber bis wir natürlich noch ein Release getestet haben, also wir haben automatisierte Tests, trotzdem gucken wir auch noch mal einen Smog-Test drüber, das geht dann auf einen Test, das geht auf eine Referenz, bis wir es dann wirklich rausgeschoben haben, dauert das dann schon auch so, sag ich mal, fast eine Stunde oder sowas, bis wir im Prozess ganz durch sind. Nicht, weil es das technisch müsste, sondern einfach mit nochmal drauf gucken oder sowas, saubern, Tech-10 und dergleichen, sodass wir das letztendlich für was ganz Instantanes dann doch auch auf der Produktion sofort machen und dann hinterher nachpflegen. Aber das hatten wir jetzt im ganzen halben Jahr einmal. Ja, ja, klar, das ist möglich. Ist jetzt hier nicht darauf ausgelegt, also warum sollten wir uns damit bewaffnen, wenn wir es nicht brauchen? Wir kommen gut mit der Last, die wir haben, auch in Spitzenzeiten, kommen wir an der Stelle aus. Da muss man die Abwägung treffen, ob man jetzt so ein bisschen an Tooling auffährt oder direkt sämtliche Flaggschiffe. Du kannst dich auch sozusagen damit bewaffnen, alles für eine große Cloud perfekt zu machen. Dann baust du aber erst mal, sag ich mal, zehn Container, um das Tooling drumherum zu haben. Wenn du dann deine drei Container da rein diepläust, bringt das auch nichts. Genau, was man im Prinzip sehr, sehr leicht machen kann, ist natürlich einfach dem Nginx eine Konfiguration zu geben, dass er beim Proxying das Ganze auf ein kleines Upstream-Cluster aufteilt. Dann ist man an derselben Stelle mit Boardmitteln drin und kann seinen mehreren Host bestücken oder dergleichen oder HA-Proxy dazwischen packen oder sowas. Was auch sehr, sehr gern gemacht wird, ist so ein Pattern, dass man einen Container hat und der mit einem Link auf einen zweiten Container geht. Das ist aber gar nicht die Dependency, die er eigentlich erreichen möchte, sondern darin ist lediglich ein HA-Proxy mit einer Konfiguration, welcher dann auf eine Menge von anderen verteilt. Da muss dann ein Server, der vorne steht, muss gar nicht wissen, ob das jetzt geclustert ist oder nicht, sondern der hat einen Link auf, ich sag mal jetzt einfach auf Elasticsearch oder sowas. Und das ist vielleicht immer die eine Elasticsearch. Jetzt möchtest du aber zwei Knoten da reinbringen, die über einen HA-Proxy gebalanced werden oder sowas und tauscht einfach diesen Elasticsearch-Knoten aus gegen einen HA-Proxy, der weiterhin dagegen gelinkt ist und der macht dann nichts anderes, als über den HA-Proxy dann die anderen Services anzusprechen. Und da gibt es auch teilweise so mehr oder weniger gut gebastelte Lösungen von Containern, die dann noch einen kleinen Service drin laufen haben, der auf dem Docker-Deam zum Beispiel hört, hat sich noch jemand weiteres, ist noch jemand weiteres hochgefahren, der vielleicht Umgebungsvariablen gesetzt hat oder sowas, um dann dynamisch so eine HA-Proxy-Konfiguration zu aktualisieren oder NGNX-Virtual-Host-Konfiguration zu aktualisieren oder gleich. Du hast eine Frage? Habe ich eine Folie zu? Resonierung. Haben wir lange drüber nachgedacht, wie wir aus der klassischen Release-Management-Ecke mit wunderbaren Release-Szenen und sowas, wie wir das hierbei machen sollen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden dann mit der Lösung, zu der wir gekommen sind. Also die Frage ist letztendlich, wie kann ich zum Container meinen entsprechenden Source-Code finden und welches Image baut wo drauf auf, wie kann ich da eine Revisionssicherheit reinbringen in die ganzen Geschichten, wie vermeide ich auch Releases, jeder kennt das und wenn das in Artifactory mal überläuft oder sowas, das ist bei Docker-Images geht das doch viel, viel schneller, weil die doch ein paar hundert MB groß sind letztendlich, wenn ich davon zu viele mache. Also wie vermeide ich das, dass ich zu viele Image-Versionen habe, die sich ansammeln. Wir sind dann einfach zu der pragmatischen Lösung gekommen, dass wir jedes Image, was wir bauen, einfach mit dem Default-Tag Latest bauen. Das heißt, jedes neue Image, was gebaut wird, überschreibt das alte Latest. Dadurch sammelt sich erstmal nichts an. Das sind also einfach dann ganz normale, sage ich mal, CI-Bilds oder sowas. Wenn das Image... Wenn du ein neues Image das Latest buchst, dann bleibt das alte Tag erstmal, wenn das die Bestätigung ist. Also das alte Image bleibt, dann wird das Bestätigung der Lied und das Tag Latest. Aber ich glaube, wenn du kein einziges hast, was referenziert ist, dann nimmt er auch das Image weg. Wenn du kein einziges Tag hast, was referenziert ist, wenn du das unter einer anderen Version getaggt hast, dann hast du ein Problem, dann bleibst es drin. Das kann sein, dass es bei der 2.0-Wertest-Bug ist, aber die Einzelne kann einem noch sehr leicht überlaufen, das habe ich auch noch nicht zu tun. Okay, kann sein. Also wir haben auch diverse Jobs, die wir aufgesetzt haben, um halt einfach Sachen, die keinen Tag haben, die keine Version haben, rauszunehmen. An der Stelle. Kannst aber halt auf jeden Fall, wenn du ein anonymes Image hast, ohne einen Tag drauf, kannst du leicht identifizieren, dass du das auch wegschmeißt. Gibt auch so, sage ich mal, so Docker-GC-Befehle oder sowas, um halt einfach über die CLI-Tools die Sachen einfach rauszusammeln. Wir unterscheiden aber nicht zwischen CI und Release-Builds. Das heißt, was wir nicht machen, ist, dass wenn wir das durch den Test haben, sagen, das ist jetzt unsere Version, dann nochmal bauen. Klar, wäre tödlich. Natürlich haben wir einen Prozess, wo wir denken, das geht, aber das ist ja einfach schon von der, von der prinzipiellen Sache. Ich habe das eine QS-Deal-Release, deswegen nehme ich genau das, ich will genau dasselbe Binary nehmen und das auch in die Produktion schippen und nicht nochmal mit einem Prozess das nachbauen und was Ähnliches auf demselben Stand gebaut haben oder sowas. Das heißt, was wir dann machen, ist, dass wir den Stand, den wir auf einer Plattform haben, komplett taggen. Das machen wir dann auch über das GIG. Das heißt, wir gehen beispielsweise auf die Testumgebung, die wir hatten, drauf. Nachdem, aber auch nicht manuell, sondern macht letztendlich auch einfach einen Jenkins-Job. Nachdem wir sagen, der Stand auf der Testumgebung, der gefällt uns jetzt gut, lassen wir einen Job laufen und der führt einfach dieses GIG-Tag aus, was sämtlichen Containern, also sämtlichen Images, die da drauf sind, und das, die gerade verwendet werden, das neue Tag dann gibt und pusht dann genau diese Tags in die Registry. Dann habe ich die an der Stelle vorhanden. Und kann dann in meiner, dieser Profile-Datei, was ich gerade gezeigt hatte unten, ich habe es, glaube ich, sogar noch offen, kann dann in der Profile-Datei einfach hier das Tag hochzählen. Das ist natürlich für die Testumgebung, die es auch auf Latest ist, aber die Referenzumgebung, die Produktion sind dann natürlich auf den entsprechenden Release-Ständen. Damit habe ich, sage ich mal, das Releasen von einer konkreten Version sehr, sehr einfach gelöst. Was ich dann immer noch nicht habe, ist wirklich zu wissen, was jetzt bei einem Container, der gerade läuft, welchem Source-Code-Stand der entspricht. Weil dadurch, dass sich ja die Tags, dass die nicht statisch sind, sondern dass sich die Tags beim Neuvergeben auf ein anderes Image beziehen, ist diese Tag-Name eigentlich nichts wert. Weil wenn ich einmal ein neues Image damit tagge, dann habe ich meinen Container unter dem Image-Namen, klar, ich habe die Image-ID, aber woher kam das jetzt? Wann ist das Ganze gebaut worden? Dergleichen. Da haben wir eine ganz pragmatische, kleine Lösung gemacht, dass jedes Image, wenn es gebaut wird, einfach eine mini kleine Text-Datei erzeugt. Image-Name.version und die wird einfach ins Root-Verzeichnis vom Image reingelegt. Das heißt also, das Ubuntu-Base-Image erzeugt diese Text-Datei, das Nginx-Image erzeugt die Text-Datei und irgendwas, was darauf aufbaut, auch nochmal. Sodass ich dann, wenn ich ein Image habe, was hier, sag ich mal, auf dritter Ebene ist, liegt in diesem Image, liegen dann drei kleine Text-Dateien. Da liegt ein Ubuntu-Base-Image.version, Nginx-Version und Nginx-Frontend.version. Und dann haben wir dem Gig beigebracht, halt für alle Container, die gerade laufen, einfach sämtliche Version-Files einzusammeln, sodass wir das dann aufrufen können und der uns dann für jeden Container die Liste der Version-Files gibt. Und dann sehe ich halt sehr, sehr elegant, dass jetzt hier dieser Container aus diesen drei gelayerten Versionen besteht. Das Base-Image wurde am 12.05. gebaut, der Nginx am 13.05. und das konkrete oberste Image auch am 13.05. Ich habe die alte Version ja noch. Ich habe das Image ja noch in der alten Version getaggt. Also beispielsweise, wenn ich die 0.92 gerade getaggt habe und rolle die raus auf die Produktion und sehe, funktioniert nicht, dann habe ich ja noch die Images von der 0.91. Die habe ich ja sogar auch noch auf dem Server liegen. Die gehen dadurch nicht weg, dass ich die neuen gepullt habe. Das heißt, da muss ich nur einmal in meiner Profile-Datei einmal das Tag zurücksetzen, die ganzen Sachen noch einmal durchstarten oder updaten und dann hat er die alten Images wieder drauf. Ja? Solange wir entwickeln sozusagen, überschreiben wir nur das Latest und in dem Moment, wenn wir sagen, diese Version ist jetzt reif, auf Produktion zu gehen, dann setzen wir die Docker-Tags. Genau, wir haben sämtliche Releases haben wir als Docker-Tags vorliegen. Also da sind wir jetzt nicht, aber auch nicht so ordentlich, die löschen wir relativ schnell. Weil, also wir gehen schnell nach vorne, wir machen halt irgendwie nicht viel zurück. Man hat die Sachen ja im Zweifel auch baubar im Git und dergleichen, aber ich sage mal, die letzten zwei Versionen auf der Produktion oder sowas, die liegen immer auf jeden Fall noch rum. Ja, genau. Also warum sollen wir, also warum sollen wir sie frei behalten? Ich glaube sogar auf der Produktion haben wir sie sogar auch alle einfach liegen gelassen, aber auf den Testumgebungen, da haben wir VMS, die haben, keine Ahnung, 20 Giga oder sowas, also kleine Dinge einfach für unsere Testumgebung und da räumen wir halt lieber auf, bringt nichts den Krampf zu behalten, aber kann man machen, wie man will. Also an der Stelle glaube ich nicht so kriegsentscheiden. Was wir zusätzlich halt zum Datum noch haben, ist hier die Git-Commit-ID davon und den Jenkins-Job, der das Ganze wirklich gebaut hat, so dass wir das im Prinzip dann eindeutig identifizieren können. Okay, Logging und Monitoring würde ich heute ganz anders machen, als was wir damals gemacht haben, weil Docker ein Stückchen weiter ist. Damals war es noch nicht sehr weit, so dass wir im Moment einen ganz, ganz, der ist auch noch im Einsatz, ganz wackelig aufgebauten Container haben, der so ein Tool Logs baut, sag ich gleich was zu, verwendet, um letztendlich die Docker-Log-Files über HTTP verfügbar zu machen und die pipen wir dann mal mit Curl in Elk-Stack, um das irgendwo direkt drin zu haben. Funktioniert, ist aber eigentlich hässlich und unser Kibana ist auch immer instabil. Also ich würde jetzt, nachdem das Docker jetzt Locker-Appender hat, die zum Beispiel direkt eine Fluent-D oder so was schreiben können, müssen wir das mal ersetzen, dass wir da irgendwo. Ne, habe ich noch nicht getestet. Wie gesagt, wobei ich Lockstash halt auch nicht mag, weil gerade wenn man, ich finde es gut, weil wir auch auf der Entwicklungsumgebung oder auf der Testumgebung den Logging-Container mit haben, auch immer starten und Lockstash ist irgendwie, finde ich, für das bisschen, was es bei uns macht, so ein Monster, was das mitbringt, wenn das hochfährt, dann geht man Lüfter an. Also das ist irgendwie. Ja, aber auch mit dabei, aber wir haben es einfach nicht genutzt und wir können den Unity-Update und den Unity-Update noch einmal nicht mehr funktionieren. Wir haben es allerdings auch nicht so hingekriegt, durch den Sohn weg, dass wir das laufen springen. Das ist einfach gestorben und nicht wieder hoch. Genau, Logs-Bout ist ziemlich cool, weil das halt auf die Container lauscht, die der Docker-Demo hochfährt und dann auf allen Containern die Logs über HTTP zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann einfach hingehen, Logs-Bout starten und dann über Curl mir aggregiert in verschiedenen Farben die Logs von allen Containern gleichzeitig anzeigen lassen. Das ist also, um mal gerade zu gucken, was auf Produktion gerade durchrauscht oder auch zu schauen, was irgendwie während der Entwicklung gerade passiert ist. Das ist echt ein super gutes Tool. Was wir auch manchmal noch einsetzen, ist so der Sea Advisor. Das ist eine Web-Oberfläche von Google, die ein bisschen Performance-Monitoring für Container bringt. Ich finde, es ist recht unübersichtlich, es gefällt mir eigentlich nicht, aber das ist trotzdem eine gute Möglichkeit, um einfach zu sehen, okay, wie verhalten sich die unterschiedlichen Container, was jetzt irgendwie CPU oder Memory oder was was angeht, ein bisschen besser als mit Top dann vom Host das zu schauen. Health-Checks waren uns sehr, sehr wichtig, sodass wir letztendlich einen Dashboard aufgebaut haben, ganz klar, also es ist einfach nur ein bisschen AngularJS, was die Sachen anzieht und jedem Service, den ihr dort gesehen habt, zwei Endpunkte mitgeben. der eine ist Health, der im Prinzip für verschiedene Health-Checks sagt, ob es okay ist und 200 zurückgibt, wenn alles passt. Und ein Metrics-Endpoint, der auf verschiedene Calls die Durchlaufzeiten der Calls angibt, sodass wir dann die Sachen hier direkt im Dashboard sehen, ob letztendlich alle Checks grün sind. Dabei prüft jeder Service halt, ob er selbst da ist, das prüft man ja automatisch dann damit, und probiert immer noch seinen Nächsten zu erreichen. Das heißt also, macht Test-Operationer-Datenbank oder macht einen Test-Call oder was zum anderen Service, sodass wir auf einen Blick sehen, ob alle Dienste vernünftig oben sind oder nicht. Zusätzlich haben wir auf den Maschinen, aber dann habe ich mich nicht so beschäftigt, noch so ein Standard-Inzinger-Maschinen-Monitoring und sowas und auch ein bisschen Standard-HTP-Check, aber das ist das, was wir eigentlich, sag ich mal so, DevOps-mäßig, entwicklungsseitig meistens ausprobiert haben. Und auch die Sachen, und wo, keine Ahnung, minütlich oder sowas oder ein paar minütlich, ich glaube minütlich, die Herz-Checks alle abprüfen, sodass dann irgendwie Alarme angehen, wenn ein Knoten unten ist. Ein paar Learnings, die wir da rausgezogen haben, aber jetzt auch gar nicht so viele. Insgesamt muss ich sagen, hat es gut geklappt. Wo man von Anfang an drauf achten sollte, ist, dass man in der Lage ist, die Container wirklich unabhängig voneinander zu deployen, damit man nicht immer so ein Deployment-Monolithen hat, der dann aus vielen kleinen Containern besteht. Dann hat man nicht so viel verbessert, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt in dem Release oder auch gerade für Dev- und Test-Deployments an einem Container was geändert, dass der dann auch rausrutscht. Also am Anfang hat man diesen Rollout-Befehl, der hat halt einfach immer alle neu gezogen, alle neu gestartet. Das geht auch, aber wenn da ist irgendwie ein so relativ funktiger Java-Dienst dabei, der braucht dann irgendwie seine 30, 40, auf so einer schlechten Testform auch schon mal mehr Sekunden, bis er dann wirklich oben ist. Das ist dann halt nicht schön, wenn wir die Rollouts machen, wenn man dann jedes Mal irgendwie zwei, drei Minuten warten muss. Das geht halt viel, viel schneller, wenn die einzeln wirklich gestarteten Produktionen gebracht werden können. Ganz wichtig finde ich dabei, dass die Container selbst schnell starten müssen. Das heißt, wir haben auch rumoptimiert, wo es uns zu lange gedauert hat, dass außerdem einen, sind alle Container bei uns eigentlich in zwei, drei Sekunden oder sowas sind die normalerweise oben und verfügbar. Genau, auch noch ganz wichtig, denke ich, ist, dass die, gerade schon, wenn man so eine kleine Plattform in so viele Sachen zahackt, aber vor allem, wenn die Plattform größer wird, dass die Services so robust sind, dass sie auch überhaupt noch weiter funktionieren, wenn die Pendencies nicht vorhanden sind. Das ist natürlich für eine große Plattform sowieso wichtig, was die betriebliche Robustheit angeht. Das heißt, dass ich beispielsweise in einem Shop nach wie vor die Startseite sehen kann, nach Produkten suchen kann, selbst wenn vielleicht der Warenkorb gerade nicht verfügbar ist, dass nicht das ganze System irgendwo dann down geht, nur weil irgendwie gerade ein UI-Fragment nicht ladbar wäre oder sowas, dass ich da drauf Fallbacks habe. Möchte ich natürlich von jeder Seite, die draußen ist, sonst habe ich nichts von den Mikroservices, aber auch für die Entwicklung ist das super praktisch, weil wenn die Sachen dann größer werden, also ich habe jetzt in meiner Kiste nur 8 g Gramm, die sind, wenn man so viele Services hochfahren will, sind die dann auch schnell verbraucht, wenn man da noch eine IDE dazu packt. Und irgendwie so groß werden die Laptops nicht und auf Mac will ich nicht umsteigen sozusagen. Und selbst wenn es halt doppelt oder dreimal so groß wird, dann kommt das nächste Problem. Deswegen halt ist gerade für die Entwicklung für wichtig, dass ich in der Lage bin, einfach so ein Set von Services runterzuladen, zu starten und das muss dann laufen und muss halt trotzdem robust funktionieren und entwickelbar sein, selbst wenn jetzt manche Sachen nicht da wären. Beispiel Shop, ich möchte einen Shop starten können, ich möchte vielleicht die Startseite bearbeiten können, ohne dass ich überhaupt den Warenkop-Service, wenn das ein eigener Service ist, oder den Checkout-Service überhaupt auch lokal deployed habe. Dann darf der natürlich im Monitoring anzeigen, dass er den nicht erreichen kann oder sowas, aber er sollte trotzdem starten und robust funktionieren, sonst baue ich mir wieder ein zusammenhängende Monolith. Und das zu beachten, wenn man das von vornherein tut, ist eigentlich nichts Schwieriges. So, das war meine letzte Slide. Ich glaube, von der Zeit her bin ich auch recht gut durch. Habt ihr noch Fragen? Bitte. Also da haben wir die Daten selbst, die liegen nicht im Container drin. Die Daten selbst, die haben wir einfach auf dem Host und haben die reingemountet. Von daher habe ich da kein Problem. Wir haben aber auch keine so große Load, weil das, was wir machen, ist, wie gesagt, wir geben dem Kunden die Spiele in erster Linie, dann kann er was spielen und dann kommen Ergebnisdaten rein. Darauf müssen wir vor allem rechnen und dann müssen wir die wegschreiben im Erfolgsfall. Ist also von daher auch nicht so ein Problem, aber ich glaube, auch wenn es mehr wäre, würde es nicht so ein Problem geben, weil es halt reingemountet ist und nicht im Container liegt. Also für mich ist es immer so, ich möchte jeden Container wegschmeißen können. Ich kann Daten im Container nicht leiden. Das heißt, im Container selbst dürfen keine Daten sein, weil selbst wenn ich denke, den Container, den habe ich vielleicht wegen den Daten länger oder sowas. Irgendwann lösche ich ihn dann doch mal aus Versehen oder so. Irgendwie mag ich die Sache nicht im Container. Du kannst bei Docker, beim Docker Run mit so einer Volume Option, kannst du Verzeichnisse oder auch Dateien vom Host einblenden. Ich weiß nicht, was für eine Magic der dabei macht. Wahrscheinlich irgendein eigener Falls-System-Treiber oder sowas. Also ich glaube, der muss die ja in Wirklichkeit gar nicht echt mounten, weil das ist ja derselbe Kerne, das ist dasselbe System. Der blendet die wahrscheinlich einfach nur von der Sichtbarkeit ein. Ja, von da ist das super leichtgewichtig und dünn dann. Da stimme ich dir zu 100% zu. Von der Performance- und Systemsicht kann ich jedem Prozess einen eigenen Container geben. Das ist ja einfach nur eine Namespace-Beschränkung sozusagen auf meinen Prozess. Das ist ja nicht wie ein VM-Layer oder sowas. Mir geht es aber darum, die Sachen managebar zu halten. Das heißt, in dem Moment, wenn ich einen Container mehr habe, ja, der hat ein Image oder sowas, auf dem ich, oder eine Beschreibung oder sowas, den muss ein Entwickler kennen, identifizieren können, vielleicht hat der eine Readme-MD, einfach um so ein bisschen, also weil, wenn es dann plötzlich schon aus einer kleinen Applikation 14 Services werden, ist das okay. Wenn es plötzlich dann 40 würden, dann grault es mich doch einfach in der Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit, ohne dass es dann einen echten technischen Grund für gibt. Kann auch sein, dass ich das sozusagen in ein, zwei Jahren anders sehe, wenn einfach der Umgang damit normaler ist. Ja? Ne, also beides nicht. Wir haben eine Registry, weil wir dann eine private Registry, die natürlich über, also von der Produktion, über VPN geschützt ist an der Stelle, um reinzukommen. Und wir haben bisher an der Stelle keine Outdoor-Updates. Das heißt, es ist nicht so, dass ich auf dem Bild-Server was in die Registry einstelle und dann ist es automatisch auf der Produktion, sondern wir gehen einfach einmal auf die Produktion drauf und lassen das Shell-Script laufen mit dem Update-Befehl, was es dann tut. Ich würde aber durchaus, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich hingehen, dass jeder einzelne Container oder jedes einzelne Image geupdated, automatisch gebaut wird, sobald ich was auf meinen Git-Master gebranched habe, dann automatisch gebaut wird und vielleicht sogar bis auf die Produktion drauf geht, aber am besten möglichst weit durchgeht und die Sachen einzeln gezogen würden. Das ist so ein bisschen das, was ich hier mit dieser Learning auf Container ein bisschen unabhängig deploybar sein gemeint habe, weil wir halt doch noch so erst mal in der Denke gestartet sind und haben immer die komplette Plattform gebaut und haben dann die komplette Plattform deployed. Und das ist eigentlich die falsche Denke. Es ist viel, viel cooler zu sagen, ich habe mein Repository und da ändere ich meinen Quellcode in einem Branch, dann teste ich den und wenn ich sage, das war's, dann möchte ich den auf den Master und dann zieht sich, also dann haben wir ein Pull-Prinzip von vorne sozusagen, dann ziehen die Systeme ihre neuen Images und bauen sich die selbst. Also was wir halt haben ist, dass nach dem Bild, wenn die Sachen dann deployed werden, also auf jedem, sag ich mal, Bild einer Java-Komponente oder Node-Komponente oder sowas, läuft halt ein Update von einer Dev-Umgebung und auf den folgt dann immer ein Selenium-Test, der die Plattform funktional durchtestet, sodass wir auf jeden Fall die Funktionalität der Gesamtplattform sicherstellen. Also von daher wären wir eigentlich so weit, dass wir sagen könnten, die Sachen können etwas automatisierter, auch ohne manuelle Eingriffe bis noch eine Ebene weiter raus. Noch Fragen? Ja, bitte. Was wir halt machen, ist, dass die Selenium-Geschichten mit Phantom.js oder sowas, dass sie halt auch direkt in dem Container natürlich auf dem Bildserver ablaufen, damit wir nicht die Infrastruktur auf dem Bildserver für die verschiedensten Bildtools irgendwo auf dem Host installieren müssen. Okay, dann bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank.